hallo und willkommen zum nächsten abschnitt von islam info die frage die mich heute wieder bewegt was wissen wir über den ursprung die anfänge des islam nachdem ich das was und wann angesprochen habe heute das wer und da haben wir außer spekulation rein gar nichts wir haben ja gesehen dass die herkömmliche die traditionelle geschichte die normalerweise verbreitet wird die sin die standard islamic narrative dass die nicht passt und daher so nicht stimmen kann daher habe ich jetzt ein problem ich kann nicht mit gewissheit sagen wer wann und wo und wie und warum den islam erfunden hat wir haben keinerlei belastbares material was uns den werdegang erklärt nur ein paar wenige indizien ende des siebten jahrhunderts haben wir münzen allerdings mit gesichtern einem christlichen oder so aus der symbol und dann den achteckigen tempeldom ein schreien mit eher christlich anmutenden in schriften und erst so 720 721 ce wird daneben eine bett städte errichtet eine moschee wir sind bei den umayyaden der erste kalif oder stellvertreter gottes moabia war kein moslem und saß auch weder in mekka noch in medina sondern in damaskus ebenso wie seine nachfolger das ganze ist entstanden weil es waren ursprünglich statthalter von jerusalem die dann größere träume hatten und dann auch mehr macht übernommen haben und hier ist eine einfache liste mit einer zeitlichen zuordnung eben dieser umayyaden und da sehen wir halt dass moabia angefangen hat und dann wird das immer weiter runter gebrochen bis nach 90 jahren naja es waren extrem turbulente 90 jahre bis das dann durch die aber sieben abgelöst wurde und dann gab es mehrfache wechsel an der spitze manchmal innerhalb eines jahres während mitte des achten jahrhunderts dann die aber sieben im mittleren osten alles übernommen haben ging es in spanien erst richtig los weil die gründung des cordoba emirals oder kalifat in spanien halt durch abd rahman den ersten da gestartet wurde und das war in 756 ce aber hier da war noch nichts mit koran oder islam gibt es denn jetzt indizien die man heran nehmen kann um eine bestimmte personengruppe einkreisen zu können die den islam entwickelt oder eingeführt haben im morgenland dem levante da entstanden unter moabia dem zweiten dann mawan sowie abd al malek münzen mit der prägung nur ein gott sowie die ideen und bauwerke die später den islam prägen sollten samt den inschriften die sich in abgewandelter form später im koran wiederfinden zu dieser zeit allerdings in einer noch eher bizantinischen beziehungsweise christlichen form und während dieser kriegerischen expansion der aber in dieser zeit war vom islam selber oder dem koran nirgendwo irgendwie eine rede die kalife nutzten aber bereits die propaganda und den glauben der menschen um aus naja oft betrunkenen weiberhelden eine straff organisierte truppe zu machen die den raschen aufstieg und die rasante ausbreitung der umayaden erst ermöglichte und meiner meinung nach wurden hier die grundsteine des islam gelegt der sich dann als nützliches werkzeug entpuppte besonders der kalif abd al malik ibn marwan auch als der fuchs bekannt hat hier wesentlich dazu beigetragen dass aus dem eher christlich orientierten ansatz ein neuer ein arabischer monotheismus wurde und die scheint ein langer prozess gewesen zu sein weil der koran und so nah erst jahrhunderte später erschienen sind dazu kommt dann später ein genaueres video über die einzelnen texte dann selber also die inhalte des islam lassen ja mit alkohol verbot zulassung ihrer ehefrauen verbot freier liebe verlassung des islam als landesverrat politische gesetze und so weiter und so weiter ganz klar den ansatz und basis der kriegerischen ausbreitung zu der zeit erkennen den man dann später im islam wiederfindet ob da jetzt ein einzelner mensch verantwortlich war oder doch eher ein evolutionärer prozess das kann ich heute nicht abschließend beurteilen ich kann lediglich eine hypothese formulieren und sehe dann dass diese von den umständen her ohne weiteres passt eben eine expansion basierend auf einem gott die leute entweder bestraft oder belohnt ob sich dies dann als tatsache herausstellt naja das wird die zukunft zeigen oder vielleicht werden wir das auch nie genau festlegen können alles was wir genau wissen ist dass die standardversion die sin die es hier nicht passt und daher getrost ignoriert werden kann ich hoffe wie immer ich mache etwas hilfreiches und wenn es meinungsverschiedenheiten gibt gehe ich davon aus dass wir es im dialog klären können bis bald und viel spaß bei den islam info videos